und was geschafft ich bin auch erst mal raus wie du bist erst mal raus ach so ich dachte schon er soll wieder rein du bist so leise ich bin so leise ja bist vom micro weg gegangen ja ein bisschen wir sollen wieder rein ich mache gerade noch eine folge moment und ich glaube ich gehe auch mal eben kurz aufs klo bis gleich ja gut ich weiß ich muss auf robin warten er hat noch mission offener und ich hab mir nicht fertig das ist halt nicht so geil ja 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 es geht auf jeden fall ganz gut gibt nur leider nicht so viel kohle wie erhofft aber ganz gut das ist auch hilfreich darüber drüber auch schon mal nachgedacht ja 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 ich hab die tür gehört und du bist wieder da Er sitzt und er hat sein Headset wieder auf Sehr gut So, 15 Minuten haben wir noch Heißt jetzt keine Zwischenfälle mehr Keine Zwischenfälle mehr, alles klar Okay Geh los, ich häng mich an dich dran So, zack, kannst reinjumpen Äh, 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 ja Achso, okay Ich, ich bin, ich mach mich sofort auf den Weg Ich drehe nur gerade einmal eine Runde Du musst noch 10 Stück haben, sagst du? Ja, 10 Stück brauche ich noch Ja, müssten wir bis voll durch sein Ja, ja, ich bin gleich noch Shishan Oh Gott, oh Gott Welch guter Abend Doch die letzte Pfeife vom neuen Jahr Was? Was? Oh, scheiße, viel Glück, ey. Er hat einen Farragut in seiner Combat Zone. Ja, läuft. Solange du mit ihm kämpfst, ist ja alles halb so wild. So, dann raus erst wieder oder willst du dich hier direkt ins Ketümmel stürzen? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen auf Abstand. Ich schicke schon mal meinen Taipan los. Waffen ausfahren. Warum werde ich denn schon beschossen? Das stimmt nicht. Ja gut, wenn du Gegner und allein bist, dann... Alter, wir sind mittendrin. Bist du voll am Arsch. Ja, dann lass mal raus. Wir müssen uns Schutz suchen. Wir dürfen sie nicht... Wir dürfen sie nicht die Oberhand behalten lassen. Ja, aber mein Taipan hat schon kassiert. Der ist schon kaputt. Nee, aber er hat so sein erstes Panzerungsviertel schon verloren. Dann gib mal Bescheid, weil er die Flucht ergreifst, aber weil er dich zerstört hat. Ja, ausfahren, Fraktion, auswähl und gib ihm. Äh, Angra, Empire League, alles klar. Ja, dann mal ab. So, vier Stück noch, sagst du. Äh, zehn Stück noch, sagst du, alles klar. Ich hab hier wen auf dem Schirm und ist tot. Ich hab hier wen auf dem Schirm. Ähm, okay, die hat noch Schilden. Eine Cobra Mark III. Sieht schon geil aus, wenn sich so ein dickes Ding da so einfach so ranpirscht. Ich tendiere allerdings eher zu der Viper, weil die... Hm, nee, warte mal. Der ist gesetzlos. Asp-Scout. Asp-Scout. Der ist weiter weg von allem. Lass da mal hin. Ach, der. Okay. Da ist der. Hast du drauf geschossen? Nö, ich bin nur 3 km weg. Aber der hat, der lebt ja noch ewig. Ja, ich hab gerade die Schilde festgestellt. Ja, ich hab drauf geschossen. Target Shields offline. Bap, 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 bap. Pam, 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 pam. In sein Gesicht. Bap, 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 bap. Unter attack. Ach shit, ich hab schon wieder aus Versehen die Wappen eingefahren. Ey, was ist denn? Das ist ein ganz anderer Knopf, wie drückst du da so oft drauf? Ich komm da mit meinem Daumen dran. Ich weiß auch nicht, ich hab grad den Stick irgendwie komisch in der Hand. So, ich fällt grad wieder von der Waffe dieser Schuss. Scheiße, man, hier ist ein Anaconda. Ich seh ne Viper. Mach die Anaconda mal weg. Die ist gefährlich. Was? Ja, die Anaconda. Weck die Sau. Alter, was für ne Anaconda. Oh, die. Guck doch mal nach... Ja. Ja, guck mal, die hält doch nix aus. Oh, wo fliegt die denn lang? Alter. Die rammt dich. Ihr Job halt. Ja, ich hab schon gesehen. Die hat aber keine Angst vor nix. Ja, das ist ihre beste Waffe. Habt das ja erwartet. Au! So, jetzt geht's drauf. Oh, da ist grad irgendwas geplatzt auf der Anaconda. Ja. Die ist tot. Die ist tot, hab ich gesagt. Ja, tot. Okay, safe. Ups. Ja, schwer war die jetzt nicht. Da ist doch direkt so ein kleiner... Ja, aber die war schon problematisch. Also, wenn wir die hätten leben lassen, dann hätte die Ärger gemacht. Ja, die Frage ist halt, wie viel. Oh, du hast grad fast einen unserer Verbündeten überfahren. Target Shields offline. Da kann man ein Auge zudrissen. Oh, jetzt hast du mich überfahren. Oh, das tut mir leid. Ja, macht ja nix. Wir können halt hier ab, wir stellen uns ja nicht so an und sagen, äh, sie haben einen Verteilenschlag in unsere Fraktion geführt. Geht so nicht. Muss das mal sein. Alter, komm wieder her. Wie am Kreis? Es geht mir Wege auf den Sack, weil sie gleichheit. Wofür wird, machst du denn? Wann setzt du dich jetzt mit deinem Arsch genau vor mein Visier? Ich hab ihn. Da sagt der nicht mal mehr was drauf. Ich kann grad nicht, ich muss mich konzentrieren. Worauf? Das ist ne Viper, Mark. Wat? Wat? Ich hab das akustisch grad nicht verstanden. Auf die Viper, sagt der. Ach so, auf die Viper. Auf die Viper, Robin. Die Viper ist tot. Du wirst wieder angeschossen? Ja. Noch ne Viper, Mark 4. Oh, so ein nerviges Scheißteil. Da hab ich dich. Da hab ich dich. Jetzt, jetzt wird gefickt, mein Freund. Und, tot. Wie, tot? Erzähl doch nicht. Ja, ist so gut wie. Fast tot. Warnung, ihr Schiff wird angegriffen. Lebt mein Flieger eigentlich immer noch? Du weißt doch, das darfst du nicht fragen. Robby, jetzt verzieh ich. Ja, scheiß. Du hast doch einen fetten Arsch. Du bist doch kuscheln gekommen. Ich neig mich nach oben. Was machst du? Drückst mir erstmal hardcore mäßig deinen Arsch ins Gesicht. Ich hab's grad im Stream gesehen. Oh, ne Scheiß. Ja, ich sagte, war ein Schuss vor den Bug nicht mittendurch. Ja, so, ja. Flieg zurück und flieg nach vorn. Und jetzt wieder zurück. Schieß ihn! Doch! Boah, die Gen... Es ist... Das ist das Schlimme an den kleinen Dingern. Die sind immer irgendwo anders. Ja gut, dass wir unsere Turrets haben. Sonst hätten wir wahrscheinlich... Wären wir nur halb so schnell mitkillen. Sonst wären wir einfach rumkreiseln. Wie weiß ich nicht, Mann. Beyblade 2.0 ist aber richtig. Ja. Darf er das? Jetzt haut der ab. Ey, ich wollte grad sagen, Alter, jetzt hat mich richtig aggressiv, der Typ. Sag mal, hallo! Kommst du bitte wieder hierhin? Frame, jawohl! Ja, natürlich! Ja, mein Freund, Commander! Ist nicht drin. Schieß ihn ab! Was ne Sacknase, ey! Der ist echt abgehauen! Ne. Doch, Mann. Ist grad rausgesprungen. Das ist eine sehr bittere Pille. Eine sehr bittere Pille. Wie, wie, wie weit bist du noch? Musst du noch acht? Was für ein trauriger Pimmler. Was für ein trauriger Pimmler. Auf jeden Fall. Ich brauch noch... Warte, dann muss ich kurz rechnen. Da muss ich immer neue Zahlen draufschreiben. Ja, so in der Art. Leck mich am Arsch, ey. Ach, da hinten ist er noch. Liebkette! Hier, guck mal, hier wird doch gefickt. Da ist er, hier ist er. Hier wird doch... Da wird doch gefickt. Das ist er. Da ist er. Das war so geil. Ja klar, da kommt mir der Asp. Ich seh das doch. Ja, der Wiese von allen Seiten. Na gut, dann... Kazala. Zack, weg die Schilde. Wo liebst du denn? Der hat noch einen Ring. Oh, super. Ich bin grad dabei. Die Schilde zu strippen. Hier. Sexy. Weißt du, dann dreht der sich um. Und guckt mich an, oder wat. Und schießt auch noch auf mich. Weißt du, ein dicker Cutter. Schießt schon seit ner halben Minute auf den. Dann ist ihm voll egal, ja. Ja, sicher und dann noch Ja, noch irgendwelche Wünsche Ja, verrägt doch Zack Next Oh, ich hab schon wieder eine Mission abgeschlossen Ja, dann bist du fertig, dann war doch der letzte eigentlich Nein, ich hab noch drei Also jetzt hab ich noch zwei Die zwei Die zwei größten, die fehlen mir noch Also da brauch ich jetzt noch sechs In vier Minuten, sechs Ich würd mal meinen, das ist nicht machbar Meinst du? Mein ich, aber ist egal Ich finde, da geht noch was Boah, sagst du? Und bam Bam, hab ich gesagt Bam, Schaschlik Boah Alter, hast du den gerade richtig mitgenommen? Ein bisschen Ich würd mal aufs Ganze gehen Ich dachte mir, dann kann ich mir mal erlauben Hast du jetzt auch gefragt? Hat irgendwie deine Schilde nicht so wirklich gestört, ne? Ach, das war dir voll egal Das war doch so ein Prisitive Explorer Ja gut, er wiegt nicht wirklich was, ne? Und meck Ey, haben wir gerade die Combat Zone gecleant? Ich glaub schon Wir haben das Spiel durchgespielt, Robin Shit Wir haben das Terraro gewechselt Jetzt sind wir für ein Gebirge So, jetzt brauch ich Brauch noch fünf Ja, wow Hier gibt's nix mehr Doch, folge den Grünen Die wissen, wo es Battle gibt Bärow Was ist denn der Gelbe da? Ja, das ist einer, der sich noch nicht für eine Seite entschieden hat Ja, dann komm mal her, Kollege Entscheid dich Los, ich mach dir eine Entscheidung gleich Der hat jetzt richtig Bock, sich für die anderen zu entscheiden, wenn du vor ihm stehst Das ist nur so ein scheiß Taipan Achso Okay Wir gucken ein bisschen zu, oder was? Na gut, dann geht's halt weiter Oha Ich hab wen Ich hab Ich hatte gerade wen Hier sind doch voll viele noch Und der ist voll viel weiter außen Aha Ein Igel Was? Wie ein Igel? Ich hab Ich hab einen Igel auf dem Schirm Die halten auf Winterschlaf Was soll der denn? Oh Dieser Igel nicht Was? Dieser Igel nicht Ne Der Igel noch ein bisschen rum Boah, lass mir ein Stück davon über, Mann Du bist doch schon eher da gewesen als ich Ich hab den eher gesehen Ja Aber ich bin noch weit weg Ach, Quatsch Das ist ja Haarspalterei, wenn ich das mal sagen Boah, geh mir nicht auf die Der steigt mir aber richtig hart aufs Gemächte Kommende Boah Hm Hm Vor allen Dingen, der hat seine Seinen Kartoffelschilde gleich schon wieder oben Kartoffelschilde Richtig deutsche Schilde Ähm Kümmern wir uns um den, der auf dich schießt? Hm Ja, lass mal machen Liederbedrohung? Liederbedrohung? Äh, ja Der Talpan! Jawohl! Ab geht's Knall den Affen ab Knall den Affen ab Auf jeden Komm Ich werd's dir zeigen Hä? Bei mir ist das aber eine Viper Mark 3, die mich angreift Ja, die dann ist ein Talpan, ich mach den jetzt nicht Pulse Attack, Projectory Disruption Das klingt voll fair für mich WOMM! Du hast ihn einfach überfahren, oder was? Ich hab ihn gerammt, etwa 13% Hülle Versager Das ist natürlich auch ne Aktion Wow! Ich muss hier grad unseren Verbündeten ausweichen Das ist richtig Slalom hier gerade Und kaputt So, wo pimmelt der denn rum? Da ist er noch Die Viper Mann Oh, jetzt komm doch mal in mein Blickfeld, Alter Oh, ich muss dir hart leben können Flieg nicht weg Das wartet hier Spiel Spaß und Spannung auf dich, Mann Was für... Fighter ist destroyed Fighter ist destroyed Mit was für ner krassen Dinges er das sagt Das ist mir scheißegal Wer hat er destroyed oder nicht? So, nächster Target destroyed Next Dann kommt die Herausforderung Ich hab da wen Viper Mark IV Ist schon ein bisschen angelutscht Geil Ist schon nicht mehr ganz fresh Egal, der ist gut Der geht noch 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 ich wollte gerade sagen, wir können das ja nicht machen wegen GEMA Musik, aber ich glaube im Stream ist das der GEMA Scheiß, egal weil die da meinen, das hört man eh nur einmal ich hab keine Ahnung ich meine ich bin jetzt auch eigentlich ist der Stream schon vorbei, wir machen jetzt nur noch Robins Bester zu Ende ja genau der Stream ist offiziell schon zu Ende bitte guckt weg na eigentlich wollte ich jetzt Feierabend machen Stier ja aber die machen wir noch, sicher nicht mehr viele wie viele hast du noch überhaupt ich kann jetzt gerade nicht gucken doch, guck jetzt das ist ein Befehl oh der hat noch 15% jetzt oh vor allen Dingen fliegt der auch wie so ein Besoffener, immer links, rechts zickzack, der kann nicht, der wird angehalten werden wenn der so fliegen würde jetzt ist er 3km weg das ist nicht fair, Robin das ist einfach nicht fair zack gesnackt tot? nice, alles klar verdient learn to play, GG, easy so, wie viele muss ich noch? ja, 2 noch ja gut, hier ist der nächste komm her ich hab ja genau den schießt du drauf? ich bin 5km weg von dem nein, ich schieße nicht drauf ok, Robin ich wollte nur mal fragen warte, jetzt hab ich jetzt hab ich ein Fadenkreuz, ok mh jungen, da fliegt er vorbei bratatat bratatat bratatatat 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 jawohl, jetzt jetzt schluckt er jetzt schluckt er nimm ihn tief komm schon alles gut ja, mein Gott das ist halt immer das gleiche, was du machst das einzige, was sich verändert sind die Sprüche komm schon oh ja oh ja das sieht gut aus die, bitch der ist tot oh Gott Target destroyed Clutch, irgendwas ist mir grad gegen die Windschutzscheibe getuckt ne Fliege auf der Autobahn es war etwas sehr kleines und ich glaube, jetzt lebt es nicht mehr hat's puff gemacht es machte irgendwie so hast du hier, du weißt, beim Riss in der Scheibe ab zu Carglass Target Shields are flying ja, Forst Worms musst du da besuchen Carglass neer Carglass neer Carglass neer bratatatat mach sie weg die Sau ja klar, jetzt beim letzten kassier ich noch richtig oder wie ja warum das ist der letzte warum krieg ich denn jetzt so hart auf die Schnauze ja ist doch egal schieß drauf dann springen wir direkt raus düppel dir einen ab und dann geht los ne, ich hab ja schon aber ich krieg jetzt grad wirklich richtig was ab so, der ist tot alles klar, raus tot? ja, tot so, fertig, ne? alles klar, zwei Missionen geschafft Abflug der Fighter flot an einer Scheibe nice bist du durch? ja, tut mir leid, der Fighter bleibt jetzt hier es war's ja das wäre auch schade, wenn du jetzt drauf gehen würdest ach, ich war noch an dich dran gekoppelt äh schade für dich öööse die Fighter-Piloten kleben schnell mal an der Scheibe das kriegst du gar nicht so mit Die kriegst aber voll schlecht wieder ab. Ja. Das ist ziemlich eklig dann. Das ist echt eklig. Das war voll widerlich. Oh, da haben wir jemanden. Ja, in der Gruppe oder was? Hä, wen siehst du denn da? Bei mir sehe ich keinen. Da flog einer. Habe ich doch gerade ganz genau gesehen. Macht doch nicht fertig. Ja. Ja, auch so, danke. Auch einen guten Rutsch. Ja, bei uns auch gleich Feierabend. Jo, hau rein. Oh, ich muss mal bremsen. Wer zieht mich jetzt raus? Weißt du, so eine scheiß Verteidigungseinheit. Such dir doch Hobbys. Hat er ja scheinbar gefunden. Du bist jetzt sein Hobby. Fly Safe Commander. Ich dachte mir, hä, hätte er mich jetzt rausgezogen. Weil ich hab halt direkt aufgegeben. Wollt, wie war los? Der Typ hat sich selbst ausmanövriert. Jetzt, ich Idiot, bin natürlich aufs Frame Shift gegangen. Oh, mein Gott. Frame Shift Drive Charging. 4, 3, 2, 1, engage. So, ich bin im Orbit. Ich nicht. Oh, ich komm ein bisschen schnell rein. Dann muss ich mir ein bisschen justieren hier. Oh. Alptullah, dankeschön fürs Followen. Auf unserem YouTube-Kanal sind wir aktiver. Wir streamen nicht so oft. Aber trotzdem, wenn wir da sind, kriegst du's mit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf jeden Fall. Und Orbital Cruise verlassen. Ich bin nicht mal da. Ich gleite. Läuft grad nicht. Es läuft grad nicht. Und ich hab direkt einen Landplatz. Ist Dread Zed eigentlich auch noch am Start? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht was zu essen holen? Eine Rauche? Was zu trinken holen? Nee, Standard-Shit, den man halt immer macht. So, landing ist aus. Ah, da ist er ja noch. Ah, guten Tag. Und? Hast du den Farragut überlebt? Ja, hat er, hat er schon geschrieben. Ach so, hab ich nicht mitbekommen. Tut mir leid. Hat er herausgeschafft. War ne harte Schnitzel. Das war schon zu durch. Ja, dann werde ich jetzt erstmal hier wieder schön sammeln. Also Missionen abgeben und Kohle sammeln. Ja, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, dass das irgendwie ein Reinfall war heute. Viel Kohle war das nicht. Ja, man kriegt natürlich erst die richtig geilen Missionen, wenn man den Ruf voll hat, ne? Ja, stimmt schon, aber... Also wir haben ja jetzt quasi noch nix gesehen von dieser Art Geld zu verdienen. Ja, das stimmt wieder. Aber wir haben lange gespielt, muss ich sagen. Zwei Stunden jetzt Elite, glaube ich. Ja, aber eigentlich machst du sowas zehn Stunden und dann hast du gut Geld verdient. Ja, gut. Müssten wir mal gucken im 24 Stunden Studio. Da war da die Zeitwehr, aber da ist jetzt... Für so einen Stream ist da keine Zeit. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, gibt's hier jetzt mal ein bisschen geilere Crewmitglieder? Wie geilere Crewmitglieder? Ja, geilere Crewmitglieder. Ich dachte, das macht nix. Nein, meiner sieht aber kacke aus. So, du bist gefeiert. Wenn wir schon sind... Ne, gefällt mir nicht. Wie, ja, mit Scheiße, was freu ich nicht. Gefeuert wegen Hackfresse. So, die gefällt mir, die nehm ich so. Hab ich gestern bei Sinal in Happiness so richtig guten gesehen hier. Wo so ein normaler Junge neben so einem richtig hässlich entstellten Junge steht und dann so ein Van anhält und den... Besser aussehen den Jungen mitnimmt. Und auf einmal so steht er da, ja, sometimes it is awesome to be ugly. Ja, fand ich voll lustig. Hab ich gelacht. Sehr viel. Sehr viel. Mega gut. Oh, guck mal, 368.000 Credits in Combat Bonds. Das ist doch was. Echt? Das ist nicht schlecht. Aber immerhin ist es auch nicht gut, ne? Landing gate deployed. Oha. Und die Combat Bonds abgeben hat auch nochmal einen richtigen Rufboost verschafft. Leider aufgesetzt. Das war wie viel hast du? 386. Ne, ich hatte 308.000. Das war ein Verlustgeschäft. Oh, das war ein richtiges Verlustgeschäft. Nee, 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 nee. Boah, ich bin sogar fast schon friendly. Ich bin herzlich. Also, so gut wie du, denke ich mal. So, damit ist der Stream aber vorbei. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch recht herzlich fürs Dabeisein und Zuschauen. Auch für die Leute, die von Anfang an dabei waren. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auch die Interaktion mit euch. Auf unserem, jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung. Wir sind auf unserem YouTube-Kanal sehr viel aktiver. Heißen genauso, wie auf unserem Twitch-Kanal. Wir auch. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal da vorbei. Lasst ein Däumchen da oder ein Abo. Würden uns freuen. Naja, und dann sagen wir mal bis zum nächsten Stream. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Tschüss.